jetzt in der aslin besiege mehr als in drei stück in 600 metern ach da sind sie ja diese jassen gut so wird man sagen wir bleiben mal hier werden mal wo es ja was hier koffe ich hab mich nicht der junge irgendwie sehe ich nicht gut aus hier Warum sehe ich nicht gut aus? Siehe gar nicht gut aus. Ach du, was ist das denn jetzt hier? Ich habe das Gefühl, das ist auch nicht für für meine für meine für mein Level. Ich habe ja da überhaupt keinen Schaden verursacht. Nein, nicht schon wieder. Ich gehe mal hier rauf. Steht hier vielleicht irgendwie ein Level, den man haben könnte, sollte? Siege mehr asseln. Karte. Da. Drei Stück an der Zahl, das ist doch schön. Aber ich glaube, die sind zu hastig, weil ich konnte ja machen, was ich wollte. Ich habe ja gerade mal ein bisschen angekratzt. Hier oben war nur ein bisschen gewesen. Gut, es ist zwar nicht nett, aber ich lasse es mal. Es tut mir unglaublich leid. Es ist nicht gerade das, was ich mir davon versprochen habe. Suche nach den Leviathanen. Ja, dann kann man suchen. Aber man kann leider nicht auf die Karte gehen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo ich da suchen sollte. Noch nicht mal annähernd. Und wir werden die auch mal weglassen. Ich gehe davon aus, wenn wir spätestens irgendwo mal hier hinkommen, mit unserem entsprechenden Level, werden wir vielleicht in der Hinsicht siegreicher sein. Gut. Also, liebe Freunde, auf, hier geht's zum nächsten. Die müssten wir eigentlich auch noch alle machen. Überall unbekannter Ort. Was soll das alles heißen? Ich weiß, die Holz... Achso, wir können Holzlieferungen, Sammelholz, Besiege, Meer, Assen und Quallen. Ach, da steht's ja, Elite. Ja, ich weiß, Schwierigkeit. Ja, aufgeben. Es bringt nichts. Ähm, Besiege Gegner, Gladiatoren Arena und Besiege Geisterschiff. Drei Stück. Episch, Quest, Schwierigkeit. Na gut. Also, wir werden erstmal hier den machen. Schlacht der Goldenebene und dann haben wir zumindest ein paar mehr weg. Du willst den Namen machen in diesem Moment? Und... Gut, okay, wo soll das sein? Das ist hier. Hal... 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 Halkyona. Halkyona. Und Halkyona ist... Halkyona ist... Wo ist der jetzt Halkyona? Hallo? Wo ist denn das? Wir sind hier auf dem ganz verkehrten Kontinent. Das ist das Riesenproblem. Ich glaube, alles, was wir hier machen, wird uns nicht weiterhelfen. Wo ist diese Quest? Grab. Gut. Gut. Also, wir gehen nochmal da hin. Ähm... Zu... Ne, halt, Moment. Zu dieser. In die Richtung müssen wir. Gut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder hier. 32 Meter vor unserer... Eigentlich... Quest, aber irgendwie... Müssen wir hier was machen? Ich glaube, es geht hier irgendwie auch oben. Sind die Bilder gekommen um dieses Kriegsgebiet. Nein, jetzt kann ich hier mit keinem sprechen. Hier steht zwar... Ich spreche mit dem Hauptmann der Wache, bevor der Kampf in Halkyona beginnt. Sprich mit dem... Quest abgeschlossen. Wie Quest abgeschlossen? Du wirst dir einen Namen machen. In diesem Moment entscheidet sich in Halkyona das Schicksal unseres Volkes. In der Vergangenheit wurden unsere Vorfahren von den Ufern Nuias vertrieben. Doch nun werden wir zurückerobern. Wenn du in Halkyona Zeuge einer Schlacht wirst, melde dich beim Hauptmann der Herr der Wannia, um dich dem Kampf Anschluss zu schließen und deinen Beitrag zu leisten. Entschuldige bitte, wenn ich dieses schöne Wort äh... Hier, der Halkyona geht mir nicht so sauber von den Lippen. Ja, ich bin hier. Kann bloß nichts machen. Ich glaube schon, dass hier irgendwo ein Kampf ist, aber... Ich wüsste doch nicht mal wie und was und wo. Äh... Zelda-Sletter-Belohnung. Achso, die Belohnung... Ja, deshalb wahrscheinlich per Post, weil mein Inventar ist wieder rappelvoll. Aber ich möchte mal warten, wie gesagt, weil das Gewand und der Gaul der Geister auch zeitverschwinden. Und von daher... Oh, hier kann man was machen. F, automatische Kanone der Harani-Allianz. Könnte es vielleicht sein, dass nichts funktioniert, weil ich keinen Inventarplatz mehr frei habe? Plattenrüstung. Nein, die ist schlechter. Die werden wir mal vernichten. Leuchtprisma. Hört sich interessant an. Abenteuer Luftschnaps. Luftschnaps. Ein Zutat für Flüchtlinge und Alkohol. Den wollen wir auch nicht. Gucken wir mal, ob wir jetzt die Kanone nehmen können. Können wir trotzdem nicht. Hm. Euer Merkwürden. Automatische Kanone der Harani-Allianz. Gute Frage. Und schon wieder mal habe ich keine Ahnung. Ah. Bleib hier, du. Bleib doch mal hier. Wie soll ich dich denn kriegen? Soll ich dem jetzt hinterher rennen, oder wie? Ich weiß gar nicht, ob man dem jetzt irgendwas machen soll. Oder mit dem was machen soll. Harani-Kriegsgolem. Der ist grün, also ich kann mit dem nichts machen. Habe ich davon, dass er Level 55 ist. Brauche ich ihm erstmal verfolgen. Also mal so, dadurch, dass er in dem, da hinten, dass wir da nichts machen konnten. Wir werden mal gucken, wo er uns hinführt. Vielleicht können wir dadurch irgendwas abschließen. Ansonsten, äh, werden wir die Quest auch erstmal löschen. Bum, bum, bum ist gut. Wo rennt er denn hin? Was? Äh. Achso, hier wäre ein Krieg gewesen. Okay. Na super. Ich war noch nicht mal da, bin schon tot. Was? Was ist das? Ui, ja, ui. Komm her. Also auch wie wir momentan sterben, das geht auf keine Kuhhaut. So, hier war irgendwo, war hier der Kampf. Und da ich die ganzen blauen Figuren sind, werden wir mal einfach mal hingehen. Was ist das hier? Der ist Level 34. Den kann ich auch nicht mal an mir anschlagen. Ich muss abhauen. Das bringt nichts. Den krieg er ja an. Gott. Ich bin ja hier mit Leo hingekommen, sag ich jetzt mal, weil wir ein Pferd gesucht haben. Und ich glaube langsam, wir haben hier Quests angenommen, die weit über dem liegen, was wir machen können. Gut, also, verfolgt werden wir nicht mehr. Also, wie gesagt, ich werde mal die Quests wegnehmen. Die kriegen wir beim besten Willen nicht gebacken. Ja, ich weiß. So. Hier sind sehr viele einzelne Punkte. Und vor allen Dingen sind es alles Quests, die in Richtung da gehen. Ich muss mal kurz mal gucken auf der Karte. Die Richtung. Und wenn ich raus zoome, dann geht es wahrscheinlich alles hier rüber auf unseren Kontinent. Wir sind ja nun mal auf dem Verkehrten. Und ich würde mal sagen, wir sind mal ganz frech. Wir werden uns mal teleportieren nach Austera. Und von da aus werden wir weitermachen, weil hier schaffen wir ja gar im besten Willen gar nichts. So. Bitte Weltentor öffnen. Kann nicht unter der Wirkung des Dauphinens Traumas wieder... Was ist los? Ich bin um einem Traumer? Nui's Trost, der Buff. Der geht noch acht Minuten. Und der Wiedergeburtstrauma. Das geht noch zwei Minuten. Oh mein Gott, was soll ich da jetzt machen? Wir gucken mal auf die Karte. Es bringt auch gar nichts zu laufen, wie gesagt, weil wir müssten über das Wasser. Es hilft nichts. Wir müssen einfach nur warten. Gut. Wir gehen einfach mal zum Fahrzeug. Schaffner, ich gehe davon aus, das ist das eine. Und wir setzen uns mal hin und warten mal die Zeit einfach ab. Bis gleich. Ja, Freunde. Und wieder zurück. Hier oben. Beide Sachen sind abgelaufen. Auch Nui's Segen. Das heißt, wir können jetzt mal... Mittlerweile ist es schon Nacht geworden hier. Das heißt, wir können mal den zweiten Versuch wagen, nach Austerra zu reisen. Scheint zu funktionieren. Das sieht gut aus. Und, mein Freund? Öffne das Welt in Tor. Sehr gut. Sprich hinein. So. Wir sind in Austerra angekommen wieder. Zurück sozusagen. Ähm. Haben schon wieder haufenweise Quests hier. Und leider sehe ich immer noch haufenweise Pfeile. Aber, wir haben schon mal das nächste. Die nächste Quest hier in 292 Meter. Gar nicht mal so weit. Bevor wir irgendwelche Quests annehmen, wie gesagt, werden wir erstmal alles abarbeiten. Weil das hat uns ja bis jetzt den Hals gebrochen hier. Von daher... ...werden wir das mal hier tuten. Ich hoffe, wir kommen hier vorbei. Sieht momentan noch ganz gut aus. Ach, wir müssen wieder nach drüben rein. Ah, den Platz selber kennen wir ja. Haraniawache. Zumindest sind wir wieder auf unserem Gebiet. Das heißt, wir werden nicht einfach mal umgehauen. Und hier unten haben wir schon einer. Zeuge Jura. Zeuge Jura ist bereits angekommen. Jemand hat versucht, die Spuren zu verwischen. Doch die Wunden unter seiner Kleidung lassen keinen Zweifel zu. Er wurde ermordet. Okay. Das heißt, das Zeugenschutzprogramm hat voll zugeschlagen. Wir müssen jetzt hier wieder zurück. Zeugenschutz. Gehen wir so rein oder machen wir nach? Wir machen das hier. Einmal nach da und einmal nach hier. Müsste eigentlich funktionieren. Das sieht doch ganz gut aus. Oh. Gleich keine Power mehr. Und da war es vorbei. Wir könnten jetzt natürlich noch Fifi nehmen, aber... Ach, hier sind wir schon mal langgelaufen und sind nicht weitergekommen. Aber ich glaube, diesmal... Müssen wir hier so gut lang. Guten Tag. Ach, der fächert sich einen. Wir wollen mal gucken, wie das aussieht. Ich hätte selber nicht gedacht, dass es so lange dauert, diese Quest abzuarbeiten. Wie gesagt, aber... Die, die wir alle von drüben hatten, die waren ja nicht mehr möglich gewesen. Oh, was haben wir denn hier? Steinhaufen. Okay, Steinhaufen. Äh, wie sieht es komisch aus? Was? Das ist so möglich. Er hat noch nicht einmal seine Aussage gemacht. Das ruiniert uns den ganzen Fall. Ich weiß leider gar nicht mehr genau, um was sie es dreht. Der Zeuge Jura sollte zur Verteidigung des Angeklagten Marsen aussagen. Dem Angeklagten Marsen wird illegale Waffenherstellung sowie Verschwörung zum Mord zur Last gelegt. Er behauptet aber, unschuldig zu sein. Der Zeuge Jura war Marsens Kollege und konnte angeblich dessen Aussage bestätigen. Der Angeklagte Marsen wird am Boden zerstört sein, wenn er hört, dass sein Freund und Verteidiger tot ist. Aber er muss es erfahren. Er muss sich wappnen. Ich schäme mich, es zuzugeben, aber ich bringe es nicht über mich, ihm die Nachricht zu eröffnen. Kannst du das tun? Aha. Kollege, der... Ach, das ist ein Richter. Das ist ein junger Richter. Der klopft auch immer auf. Weiß der geil was. Warum sind hier Steinhaufen? Habe ich jetzt Steine intus oder was? Aber momentan sind wir noch nicht. Hm, jetzt suchen wir die Steine da sind. Gut, wir gucken mal kurz. Müssen wir... Ah, da in 238 Metern und jetzt wieder zurück. Das ist auch ein ewiges Hin und Her hier. Aber ist ja leider, wie gesagt, das eine Quest auf die andere aufbaut. Und somit will ich nicht nur einfach mit einer Quest, äh, nur wie eine Quest beenden, sagen wir mal, die gleich wieder verschwunden ist. Hatte zwar die Hoffnung gehabt, dass das nicht großartig passiert. Dahinten sind schon wieder neue Quests. Aber da lassen wir mal auf die Finger von. Wie gesagt, wir werden erstmal komplett alle, äh, Quests hier beenden. Denn... Ach, der ist hier draußen. Na, du sollst doch nicht schmeißen. Jura ist tot. Einfach so. Ich soll also meinen Freund verlieren. Meine Freiheit und vielleicht mein Leben. Alles auf einmal. Dazu ist es wahr, dass ich Waffen mache. Ich bin Waffenschmied. So wie schon mein Vater und mein Großvater es vor mir waren. Aber ich verkaufe meine Waffen nicht an Mörder und Piraten. Ich habe eine modifizierte Kanone verkauft. Aber an eine Stadtwache von Ostera. Nicht an den Piraten, Morpheus. Ich würde mich nie mit seiner Bande abgeben. Ich habe einen Brief mit Beschwerden über die Kanone erhalten. Der Absender wollte sich mit mir außerhalb der Stadt treffen. Hat aber seinen Namen nicht angegeben. Bevor ich mich weigern konnte, wurde ich verhaftet. Jura wusste mit seiner Klingung zu gehen. Also bot er an, den Treffplatz auszuspionieren und herauszufinden, wer den Brief geschickt hat. Wer immer bei diesem Treffen war, muss ihn vernichtet haben. Wenn ich schon hingerichtet werde, will ich nicht in dem Wissen sterben, für den Tod meines Freundes verantwortlich zu sein. Kannst du herausfinden, was hier vor sich geht. Und Juras Tod rechnen, falls möglich. Finde die verdächtige Wache oder die Kanone, die ich an sie verkauft habe. Irgendeinen Beweis muss es da geben. Ihr könnt auch mal in der Menge quatschen. Oh, die Sonne geht auf. So, was soll ich nun machen? Jetzt gehen wir nach da. Aber es wäre schön, wenn ich mal die Quests beenden könnte hier. Ist ja Wahnsinn. Wo müssen wir hin? Vor den Toren aus Terras. Na? Gibt ja noch lieber Fifi nehmen sollen. Ich glaube, wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Gleich am Ende hier mit meiner Kraft, mit meiner Mana. Verdächtige Wache. Aha. Lauter verdächtige Wachen. Na, mein Freund. Na. Oh, wie schlägt er denn? Ach, der war nicht markiert oder was? Ich bin aber heute ziemlich... Wo schlägst du denn nicht? Wo schlägt der denn nicht? Was ist denn hier los? Achso, weil mein Mana am Ende ist. Ach, du Schande. Da ich, dass ich gerannt bin, war mein Mana am Ende. Du hast 4.900 BEP verloren. Ich verliere immer mehr mittlerweile. Es ist ja unglaublich. Also so oft wie ich in der Folge sterbe. Es ist Wahnsinn. Also es tut mir unglaublich leid. Aber sowas wie mit so viele Quests auf einmal behalten und da irgendwie durch die Gegend wandern. Ich glaube, das war nicht so eine gute Idee gewesen von uns. Bist du mal, Leo hat ja dadurch, sag mal, dass sie ja die Stammspielerschaft hat. Auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. So, was mache ich mit den Kanonen? Kanone überprüfen. Wir haben die Kanone überprüft. Und da suchen die Habseligkeiten der verdächtigen Wache. Guck mal her, ich soll dich untersuchen. Äh, das sind wir deine Habseligkeiten dann. Ah. Ah, klappt doch vielleicht viel besser. Und der Schildschlag. Jetzt ist aber gut. Und sprich mit dem Angeklagten schon wieder. Wo ich sagen muss, ich, ähm, ähm, habe trotzdem wieder ganz schön einstecken müssen. Also ich glaube, meine Waffen hier, müssen wir nochmal nachgucken. Die Variante mit Einhandwaffe und Schild. Da bin ich der Meinung, dass die Zweihandwaffe äh, sinnvoller ist. Die verdächtige Wache verfolgt mich jetzt nicht mehr. Da war ich bis jetzt eigentlich immer, äh, erfolgreicher gewesen mit der Zweihandwaffe als mit dieser Einhandwaffe. Vielleicht sollte ich mal wieder bei Zeiten wechseln. Bis zum nächsten Mal.